Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Mele. Ja, so, dann nehmen wir gleich Classic wieder und wir nehmen am besten Fox Mile. So, und damit geht's auch los. Oh, gut. Okay. So. Da oben. Na komm. Bleib weg von hier. So. Super. Oh, wo ist das? Okay. Ah, das war dumm. So. Okay. Gut, das war jetzt dumm von mir, den dummen Tod. Oh, nee. Oh. Verdammt. Aber immer in zwei. Mit Pikachu war ich immer noch am besten da. Oh. Gut. So. Na los. Verprügeln ihn. Und jetzt. Super. Okay. Super. Er hat mal vorne an einer Scheibe geklebt. Der Gegner. So. Und dann geht's weiter. Okay. Okay. So. So. Das ist ja aber einfach. Drei gegen ein. Super. So. So, okay, schnapp dir die, hol dir die Trophäen, ich weiß ja nicht halt wie, ach so, ah, verdammt, jetzt weiß ich wie, aber es ist schwer, so. So, wir verpullieren mal das arme Kirby, ah, gut, haben gleich einen Glurak, so, so, und wir schießen das Kirby mal in den Himmel. So, super, oh, nee, so, wir schießen sie mal alle in den Himmel. Super, 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 gut, gut, gut. Das ist so einfach, so, jetzt kommt, oh, gut. So, so, dann verpullen wir mal die Peach. Und schießen wir uns mal öfters. Aha. So. 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 Ich muss sie mit der Rakete genau treffen, das ist es ja, um sie richtig wegzuschießen. So, da oben liegt sie, so, und damit haben wir es endlich. So, und jetzt kommt noch die riesige Hunt. So. 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 Und, zack. So. 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 wh eater. So. 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 Ok Das waren immerhin vier Damit geht es dann weiter Ok Na komm Mit Samus kämpfe ich deswegen am allerliebsten Tschüss Ah Und Und Wir sind aufgeladen und schussbereit Und das war es dann noch mit Zelda Deswegen mag ich ganz genug Samus zu kämpfen Wie in dem Megaschuss Ok Das war in die falsche Richtung Kurz aufladen und Feuer Gut Oh Ich habe gar keinen Schaden umgerichtet Ok ich hole mir hier Ok Zack 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 Ne Eine Trophäe wenigstens Gut So So Gegen Fox nützt dieses Schuss nicht weil Wir haben eine sehr kleine Kampffläche Aber wenn es trifft dann trifft es ordentlich doch Gut So Oh Oh Ich liebe die Musik Danke Hey Tschüss Nervt mich Damit Kickt man die Nervigsten Auch weg Und 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 Zack Und Zack 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 Oh Mann Nervt Doch nicht Ok Wir haben nur noch zwei Drei Und Wir haben ein Toggepi Schade Was das jetzt gemacht hat konnte man leider nicht sehen Und Tschüss Das War es jetzt Für Das So Und Jetzt muss ich zum Ausgang reiten Was ja auch ziemlich einfach ist Ja Im Toggle Das Im Moment Ähm Kein Digimon Part Raus kommt Der Grund ist ganz einfach weil Ähm Das Ding braucht Ähm Ungelogen 18 Stunden für ein Part Und ich nehme ja eine halbe Stunde auf weil sonst wird ja daraus nichts Also man schafft da nicht allzu viel Ja Und darum braucht das Ding 18 Stunden um hochzuladen Ja Wum Darum mache ich hier die kurzen Videos Die brauchen nicht allzu lange Aber Darum seid mir auch nicht böse Es wird Auch in der nächsten Zeit mal wieder die genug geben Na Erstens ich hätte kein bock und zweitens Es dauert Ewig und drei Tage die Das Ding hochzuladen Also deswegen Nicht wundern Nicht wundern Nicht wundern Wenn mal Wenn mal wieder Digimon kommt Verdammt Oh Na Na Verdammt ey So Nee du schnippst mich hier nicht runter Das Gemeinste ist dass ich Das ordentlich mal aufladen kann Und Feuer 30 Und Außerhalb Feuer Ja Und Ich wird es mit so einem Megaschuss Beenden Da Er wollte irgendwas grad machen Und beenden Mit 186% Ist ganz schön viel So So Hoffentlich Bekommen wir auch Neue Die kriegen jetzt erstmal die Statue So Super Wie ihr seht Die fünf Charaktere die schon durch sind Na 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 Jetzt versuche ich mehr als diese 51 Hits zu landen Na Na Ich werde auch während der Aufnahme hören Dass ich das versuche Zu stoppen Aha Nein Und Wie viel schaffe ich Okay Zack Zack das Zack das Ah Na 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 Komm Ah Ich krieg das mit Nintendo Symbol Nintendo Erwischt Das Erwischt Und 62 Super Das ist im Moment der beste Rekord So So und damit Ich habe die Samos Trophäe erhalten Und das war's Ja Das war's auch für diese Folge Super Smashbox Ich hoffe sie hat euch gefallen Wenn ja lasst ruhig ein Like da wenn ihr mehr sehen wollt Ansonsten Ja Ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag Ich sage dann tschüss bis zum nächsten Mal Ja Ja Es ist ja Vielen Dank.